Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine Bewegung, Polizei! All die Gerüchte über uns sind wahr. Wir haben unsere eigene Geheimwaffe erschaffen. Ist der tot? Natürlich ist er es. Officer Dawn meldet sich zum Dienst. Sie haben das Recht zu schweigen. Du hast einen Polizisten angegriffen. Du widersetzt dich der Festnahme. Verstehst du das hier? Officer Dawn hier. Ich bin schon auf dem Weg. Rechts reinfahren, Schwanzlutscher! Sieh dich an. Bist du bereit, ein paar Verbrecher-Sheddle zu zertrümmen? Wer sollte es sonst tun? Niemand. Na, sieh mal einer an irgendwelche Kung-Fu-Fixer. Frist blei, ihr verdammten Frühlingsrollen! Wer zuletzt lacht, lacht am besten.